guten tag meine lieben damen und herren es ist richtig geiles wetter draußen momentan wir haben donnerstag 21 vierter jetzt geht's los leute ich habe wieder kein schild und wurde trotzdem nicht angegriffen schon ein paar stunden auf jeden fall nicht das ist ziemlich awesome und wenn ihr das hier seht 2,8 mülle dann sieht das lecker nach der nächsten mauer aus so gucken wir mal hier wurde jemand abgelehnt ich zeige euch das mal gerade also weil wie soll man sagen taktik umgestellt weil natürlich jetzt das dlx definitiv ja besser da ist beziehungsweise natürlich jetzt für den rest genutzt werden kann ihr seht das jetzt nämlich auch gerade total die umstellung der truppen also da bin ich immer noch so da bin ich immer noch so jetzt mache ich das hier so ein heiler und dann 20 bogies eine richtig nette combo kann man sagen hier sind es mal 15 who cares vollkommen egal und dann eben 15 mauerbrecher dann haue ich mittlerweile nicht mehr fünf sondern sieben schweine raus also pro kaserne in dem fall dann 14 und ich bin komplett vom rage weg also ich bin nicht mehr wütend ich bin einfach so auf dem heiltrip und natürlich klar dann immer noch ein gift mit rein so sieht es momentan aus oh ja sogar jetzt mal 19 hocks wird uns auch nicht wehtun auf keinen fall vielen dank noch mal für die valküren die werdet ihr dann hoffentlich auch gleich sehen gucken wir was der neid hier bringt denn nein das bringt leider nicht viel das ist nix sorry da muss noch ein bisschen mehr her und das ist mega geil also das ist richtig geil gucken wir wirklich wie die valküren eskalieren und die sehen natürlich auch mega geil aus als würden sie gerade von der fashion show kommen mit ihren hässlichen westen aber gut läuft halt bei denen und es ist echt momentan richtig krass wie der loot eigentlich läuft also wirklich man findet so oft gegner mit jeweils 400k das ist schon ziemlich geil aber ja kurz rauskippen so sieht es aus das haben wir doch so wollen wir das und fertig ist so wir haben luftfeger in die richtung luftfeger in die richtung da würde ich mal fast sagen von oben kommen wer am besten dann eventuell klar jetzt muss ich natürlich mal gucken ja in welche richtung oder von welcher richtung aus könnten die bomben sein klar ich glaube aber das hier offen hat ich gehe mal von hier aus rein habe auch wirklich nur noch die fünf heiler dabei so jetzt gucken wir kurz ob die queen das reißt sehr geil sehr geil dass ich da diese riesenbombe schon ausgelöst habe jetzt gehe aber bitte langsamer auf eine kanone mäuschen da muss ich dich leider ragen da ist das natürlich nicht so toll und jetzt gucken wir erstmal dass die das wirklich regeln kann wenn ich merke okay ja mädel das passt das läuft bei dir weil noch will die hier nicht so richtig mädchen hey was geht denn bei dir alter bist du faul geworden oder was was ist denn hier ich will der crew hier was zeigen und du machst hier so eine scheiße oder was so jetzt müssen wir natürlich aber egal 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 jungs und mädels wir müssen natürlich jetzt die schweine hier so ein bisschen retten ich hau die anderen auch noch mal mit darauf vollkommen egal ging der jetzt nicht oder was der oder ich hatte nur hier gesetzt glaube ich ich hatte nur hier gesetzt king muss rein mach mal hier fertig ey mädchen jetzt müssen ah scheiße gerade eine andere richtung gesprungen die schweinchen und dann halt wirklich die die heels logischerweise nur für die schweine verwenden klar die riesen rennen noch so ein bisschen bedöppelt da hinten rum gucken wir mal werden wir hier einfach mal noch ein äh ein earthquake spell droppen ich habe immer noch meine bogeys ihr seht es selbst ich rage mal meinen king und ich habe natürlich hier auch noch so ein bisschen was vorbereitet dass man da einfach wirklich ah sehr geil hier die genau genau die valkyren werden wieder schön abgehen hier ich muss das äußere zeug dass mir da halt wirklich nicht die zeit weg rennt genau hier so ein zeugs das ist natürlich dann echt mies wenn das nicht klappen würde so jetzt könnten die heiler natürlich wieder ein bisschen auf den king gehen aber okay das ist nicht weiter schlimm die valkyren ist schon echt nice ist schon echt nice dazu kommen wir aber auch gleich noch mal in einem extra video was ich dann heute nicht hochlade aber was ich dann in den nächsten tagen dann halt rausknallen werde alter mädel was machst du hier jetzt jetzt ohne witz ey also die geht mir hier fast down bei so ein spielereien hier so jetzt hier die kanone in verbindung mit dem bogeyturm Alter sind die heiler ein bisschen lahm heute ich weiß nicht ich weiß es echt nicht ist ja ziemlich krasse nummer so und jetzt komm hier mädel komm zieh ab hier so läuft das schade natürlich das lager hätte ich natürlich auch noch gerne weggenommen aber gut lief nicht so professionell und schön aber auch wieder fast ein three star Ist in ordnung passt aber möchte nochmal kurz rein gucken weil das war ein bisschen das lief auf jeden fall schon mal besser Also vielen dank erstmal für alles ganz klare nummer hier Bäm Junge Bäm Ja genau, passt Und geil natürlich, Queen lebt halt weiterhin Ist natürlich richtig awesome Auf jeden Fall Das haben wir, das haben wir Okay, ich könnte Jetzt und mache ich auch Was könnte er Er könnte noch ein paar Truppen Minus machen Und dann könnte er sich einfach mal eine Mauer Gönnen Weil dann ist das LX weg LX ist ja mal so eine Sache Manche sagen ja L Da ist LX hier So, das haben wir So und jetzt gucken wir uns nochmal kurz den Log an Gucken mal von ganz Anfang hier Ja War jetzt nicht der Brüller Vom Loot her Hier, okay, ist in Ordnung Hier, zack, zack 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 Also richtig, richtig nett Und Gucken wir mal einfach in den letzten nochmal rein Ich weiß das nicht mehr Das war irgendwann während der Arbeit Hier natürlich auch Vorteil Sachen dichtgestellt Und ich glaube Der hatte dann hier eine Doppelriesenbombe Ich glaube ja Der hatte hier Doppelriesenbombe Und da war das nicht so toll Hier natürlich mega geile Nummer Dass die Magier schon rausgekommen sind Dann müssen sich die Schweine mit denen nicht rumplagen Klar, weil die verfolgen sonst natürlich schön meine Schweine durch die ganze Base Und ich sitze da und Das ist natürlich nicht so toll Und da hatte sich aber ein Magier noch in der CB versteckt Guck mal, jetzt kommt die dumme Sau erst raus Und fand ich natürlich dann nicht so toll Aber hat natürlich geklappt War kein Thema Und Wie gesagt, sonst Klar, ich hätte den zuvor sonst auch angegriffen Früher Alleine schon, weil ich halt eben das Dunkle bekommen hätte Cool, ja, toll Aber ich hätte halt nur die beiden Lager Also jeweils die beiden Lager bekommen Und Das ist natürlich jetzt von der Effektivität her Hier, guckt mal Jetzt guckt mal kurz auf die Schweinchen Da war Riesenbombe Und ich hab dann nochmal gehealt Und dachte mir, ja, scheiße Das war für den Hintern Aber so ist das manchmal Manchmal ist es einfach nur für den Hintern Und Kann diese Taktik wirklich Guten Gewissens definitiv weiterempfehlen Manchmal eben auch nochmal mit Mit sieben Heilern Dass ich halt noch zwei für den King habe Obwohl, ihr wisst ja Beim King reißen die jetzt nicht so Mega episch was raus Aber Wenn er halt nicht so extremst Gehittet wird Passt das auch Dann kann man den damit gut überleben lassen Und dann läuft die ganze Geschichte Wenn ich mir das angucke Die hätte ich halt, wie gesagt Sonst nur 200 von beidem bekommen Und natürlich das Dunkle Klar Da hau ich, ganz ehrlich Da hau ich die Schweine sehr gerne raus Und Man muss es wirklich bedenken Schaut mal bitte rein Ich hab ja zuvor immer Rage verwendet Und guckt mal Was hier nochmal für ein Unterschied ist 4x9 36 Also Es ist über Über Ein Heiltrank Sozusagen Der dann nochmal zusätzlich raus springt Als Differenz Sogar ein Wut wäre auch noch extra mit drin Richtig, richtig geil Und Kann ich wirklich nur empfehlen Probiert's aus Ich würde wirklich sagen Erst Mit der Queen halt so ein bisschen gucken Am besten natürlich die CB raushauen Klar Vom Gegner Nicht deine Und Dann so ein bisschen gucken Kriegen wir eventuell Vielleicht auch an der Stelle Wo du denkst Ah, da müsste ja eventuell Eine Riesenbombe sein Dass man das Zeug schon mal Wirklich so ein bisschen rausgerissen hat Und Dann Ist das locker Jetzt habt ihr erstmal wieder Meine Aufstellung gesehen Und Ich muss sagen Man merkt es auf jeden Fall Klar Dunkles LX Ist Nicht mehr so viel Was man bekommt Weil man halt eben für die Schweine Ordentlich raushaut Aber das geht eigentlich Das hält sich echt im Rahmen 17 mal 65 Das sind 1100 Und wenn ich da meine Sage ich jetzt mal 2 Bis 3K Ziehe Ist Das Durchaus In Ordnung Dann passt das auf jeden Fall Läuft Also wie gesagt Geht richtig geil Nach oben 205 Mauern Müssten es jetzt Mittlerweile sein Yo Also Beim letzten mal Ich noch gesagt Oh ja Hier 200 Mauern Geht echt Geht richtig Richtig gut schnell Und ich kann es euch Wirklich von der Taktik Her nur empfehlen Wirklich Erst die Helden zu leveln Bevor ihr dann die Mauern Von 9 auf 10 macht Weil Warten Warten bis die Natürlich auch Jede woche Immer 1 weiter Sind Das wird mich nicht so Anzecken Das finde ich jetzt Viel geiler Alleine schon Weil ich halt das dunkle Halt richtig schön Rausballern kann Und halt sagen kann Gut okay Kommt probieren wir Vielleicht mal Irgendeinen anderen Stuff Und so weiter Und so fort Das ist meiner Meinung nach Die bessere Lösung Also zuerst Helden Komplett fertig Mal klar Als erstes Natürlich Wenn man jetzt Rathausmäßig hoch geht Dann natürlich Erstmal die dev So Wenn ihr die Mauern Schon relativ weit hattet Erstmal die dev Ganz klar Und Und natürlich die Truppen Klar Logisch Das ist ja dann Die elix seite Und gold Halt eben die dev Und Dann halt wirklich Die helden Und Dann die mauern Ist Wirklich Meiner meinung nach Die beste variante Jetzt überlege ich Aber gerade schon Ob ich Eventuell Das hier schon umstelle Dass ich dann Wirklich nur noch Das werde ich Kurz umbauen Und Ach kommt Da lassen wir Da Da hauen wir Ein kurzes Speedbild Mit reinkommt Kriegt da alles mit Ist da alles Kein thema So da haben wir es kurz Und knackig Weil ich denke Halt wirklich Das 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 dann noch mal Besser ist Dass die denn Noch schlechter Mehr oder weniger Reinkommen Und Dann hier Halt wirklich Schon relativ Viel Energie Verballert Haben Weil sie Halt wirklich Schon mal durch Mindestens Durch zwei Mauern Durch mussten Hier hatte ich Noch was über Die hatte ich am Anfang hier zu stehen Und Hab die dann halt Wirklich hierhin Geballert Weil sie ja meistens Hier ans Dunkel Elixier wollen Ist das eventuell Auch noch ein kleiner Hilfeschlag In meiner Base Sollte auf jeden Fall Passen Und Dann hoffe ich Ihr hattet Spaß Damit Wenn dem so ist Dürft ihr gerne Daumen nach oben Da lassen Freut mich Aufs übelste Haut mal rein Jungs und Mädels Ciao Ciao